moin moin und hallo jetzt willkommen zu GOAT Simulator 3 ist eigentlich der zweite teil aber die entwicklerinnen und entwickler haben gesagt wir werden niemals den zweiten teil machen und als sie sich dann überlegt haben geil wir wollen eine fortsetzung zum ersten haben sie halt einfach GOAT Simulator 3 genannt und der ist niegelnagelneu auf dem markt und wir sagen und fangen einfach an es ist ein koop spiel man kann es alleine spielen aber man kann auch mit bis zu drei ziegenfreunden antreten wir sind aber alleine wir haben keine freunde diese ziege ist allein und deswegen betreten wir auch die welt allein wir betreten sie allein wir verlassen sie allein ganz wie das leben es für uns entschieden hat da sind wir guck zusammen mit drei ziegenfreunden auf dem anhänger des treckers am ihr new order i will look back at you but i need to look at a row safety first you know ten and two when all that anyway this is the perfect time to give you all the back store you need you sit there looking around exposition as they called most movies and games but you might not even I've noticed it happen Die sehen so bescheuert aus. Das ist ein Open-World-Spiel, ne? Also ich erwarte mir eine offene Welt. Oh, hallo? Explodiert der jetzt auch noch? Bitte explodieren noch. Schade. Hüpf, hüpf. Ja, guck mal, wie die sich alle fortbewegen. Da kommt er. Da, ja. Da, ja. Da, ja. Das ist die Hoffnung von jetzt. Ich habe ein paar Ruhm im Internet, dass diese Gowt-Towers sind, ein bisschen zu einem secreten Ort. Das ist ein bisschen zu verabschiedet, wenn ich mich. Vielleicht sollte man sich in die Gowt-Tower hinfüllen. Ich versuche mir, dass du nach der Gowt-Tower nach dem sehr langen Intro endstern. Man, ich kann nicht glauben, dass du nicht vergessen hast. Kriegen wir Chiefment dafür, dass ich mir das Intro angeguckt habe, was in der Tat sehr lang ist. So, das sind wir! Juhu! Versitzende Dinge, ich liebe es, ich bin jetzt schon wieder in Liebe, was eh lecken und ziehen. Sowas blöken, eins ist blöken und Q ist Ragdoll, einfach sich hinschmeißen. Okay, wir haben den Reifen geleckt, hat das Physik? Ah doch, hat doch Physik, oh geil! Huiiii! Huiiii! Oha! Oh, der Multiplayer macht das bestimmt noch mehr Bock, aber ich muss erstmal meine Freunde töten. Kann ich den mit dem Holz, komm mal, treffen wir, treffen wir, come on, no way, aber jetzt. Hahaha, yes! Bam! Entschuldigung, unnötige Gewaltfantasien, die ich hier auslebe. So, wir sollen zum Ziegenturm gehen. Was? Synchronisieren? Ich habe synchronisiert. Oh! Oh! Es ist in der Tat ein Portal. Das ist unsere Welt. Ich betrete mein Zuhause. Ich bin im Rang aufgestiegen. Was? Wir gehen erstmal durch dieses Portal. Oh! Jetzt werde ich gescannt. Ja, ich bin wirklich eine Ziege. Nur Ziegen dürfen an diesen Ort. Der ist gut geschützt. So, hier gibt es Events, ja, Events, oh guck mal hier, Fragezeichen sind unbekannte Orte oder was oder Quests und dann gibt es Events auch noch, Hufball, King of the Hill, Auto Derby. Oh, das müssen wir uns gleich angucken. Das klingt nach Spaß. Das sind die Minispiel. Okay. Määääääääähääää. Uh! Plups! Was war noch mal die ... Auf 1? Ja. Ah! Was war der Sprinter auf eine Wand zu? Ne... Ey, warte ... Oh, ich brenne. Wie erhalte die erste Belohnung. Wo krieg ich die? Hier? Ah, hier krieg ich eine Belohnung. Ich brenne immer noch. Was haben wir bekommen? Die Ketten lösen sich auf. Oh, wer bist du? Näh. Oh Gott, Kettensägen. Ah, der hat die aufgeräumt. Der hat das hier wieder schön gemacht. Der hat die Wand wieder aufgebaut. Und die Trümmer beseitigt. Das heißt, die Ziegenburg ist wieder schön. Guck. Privatclub. Vergessene Schwesternschaft. Abgeschlossen. Schurkengilde. Privatclub. Ah, okay. Hier ist der Privatclub. Ein Viertel haben wir bereits. Was gibt es noch für Quests? Betrete dein Zuhause. Haben wir gemacht. So, mein Zuhause. Hier darf ich noch nicht durch. Da sind ja noch die ganzen Ketten. Das heißt, das muss ich mir im Pöpö erarbeiten. Was haben wir hier? Oh, Wissen aufnehmen. Instinkte sind verfügbar. Instinkte. Springe auf dem Trampolin zehnmal in... What? Lass zehn Leute Gleichzeit explodieren. Lecke jemanden eine Minute lang? Why? Du fahre in ein Feuerwehrauto, werde von der Polizei verhaftet. Springe einen Sprengsatz mit einem Sprengsatz. Springe auf dem Trampolin. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Okay. Warte, hab ich doch gerade gemacht. Ach, warte, warte, warte. Muss ich jetzt irgendwas klicken? Nee. Drücke Leertaste, wenn du landest, um deine Sprünge zu koppeln. Ja. Instinkte anpinnen. Erreiche beim Grinden Warp-Geschwindigkeit. Mache einen Emote. Geil. Ah, okay. Jetzt sehe ich oben, was ich machen muss. Warte, wo war das? Instinkte. So. Da stand es doch gerade. Was war mit dem Anpin? Genau, wie pinne ich das an? Instinkte anpinnen. Das steht aber nicht, wie ich... Ach so, doch. Okay. Das haben wir auch gemacht. Was müssen wir noch machen? Rückwärtsseilto. Ähm. Warte. Nee. Das müssen wir uns nochmal durchlesen. Wie macht man den Rückwärtsseilto? Wer ist D? Habe ich doch gemacht. Und halte dabei... Ach, nur die rechte Maustaste. Geil. Nächstes. Dreifachsprung. Oh, geil. Hammer haben wir auch. Rüste etwas im... Ach so, kommt noch etwas dazu. Erreiche beim Grinden eine Warp-Geschwindigkeit. Ja, wie soll das? Rüste etwas in der... Allen Ankleide-Slots aus. Mache einen doppelten... 720 vorwärts oder rückwärtsseite. Oh Gott. Das können wir doch machen. Vielleicht. Ein bisschen Anlauf nehmen. Anlauf, 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 Anlauf. Auf dem purpurfarbenen Teppich. Und... Was? Das war doch ein 720. Doppelten... Mach einen doppelten 720 vorwärts oder rückwärts. Das war doch... Come on. Wir brauchen ein Trampolin wahrscheinlich. Mist. Zählt nicht. Okay, gehen wir mal in die Ankleide. Und zwar... Und zwar... Was hat er gesagt? Allen? Pilgor? Ach du geil. Das ist ja cool. Kostet mich aber sehr viel. Ach guck mal hier. Kuhglocke. Ohrmarke. Blumenkranz. Körper. Decke. Rücken. Packesel. Füße. Komische Stiefel. Fell. Oh. Süß. Oh, eine rote Ziegel. Wir sind jetzt nur... Oh, wir können uns sogar eine eigene Farbe aussuchen. Das ist ja schön. Hörner. Okay. Das ist doch eher ein Widder, dieses Ries. Riesige Ding. Was war das? Ah, das war hier. Das ist ein Steinbock oder so. Spätzünder. Kleine Stummel. So, was fehlt noch? Jetzt haben wir doch eigentlich alles. Da. Benutze Wasser, um dich selbst zu löschen. Erreiche beim Grinden-Baukoschicht. Dafür müssen wir jetzt, glaube ich, wieder raus. Oder? Ah. Oh, jetzt haben wir richtig Spaß. Hier, das ist doch cool, oder? Was ist das? Minispiel. Nein, nur Mehrspieler-Modus. Ich bin aber nicht ein Mehrspieler. Hallo, Schweinies. Okay, es ist zu mir leid. Es ist zu stumpf. Aber es macht Spaß. Wir helfen einfach mal rum. Ich glaube, im Multiplayer macht das... Oh, wir haben richtig gepupst. Im Multiplayer macht... Oh. Fahren. Wenn ich eine Person eine Minute anlecke, kriegt er auch eine Achievement, oder? Warte mal. Jetzt müssen wir mal kurz eine Minute Zeit nehmen. Stoppuhr. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das Achievement bekomme. Ich kann auch mit dem rumlaufen. Oh. Event. Ich gehe gleich hin. Aber erstmal müssen wir die Minute... Oh, den Leiter rauf. Das machen wir auch. Während er an uns dran hängt. So, die Minute ist bald vorbei. Ich weiß nicht, ob ich ein Achievement kriege. Yes! Ja, wir haben ein Achievement bekommen. Loslassen. Sehr geil. So, Kade. Wo ist jetzt das Event? Da. Okay, dann müssen wir erstmal wieder hoch. Und jetzt? Achso. Was soll ich machen? Ähm. Habe ich doch gemacht. Das ist auch eine Leiter. Wieso kriege ich keine Achievement? Also, ich muss den Mähdrescher reparieren. Aber wie mache ich das? Ich muss das da oben runterlassen? Wie mache ich das? Ich will ja helfen. Jetzt habe ich auch so gesehen, den Typ zerstört. Ich will ja helfen. Aha. privatclub fortschritte so jetzt 720 vorwärts aber 720 ich probiere mal von hier runter zu springen doppelter vorwärts salto was ist da ein 720 doppelter 720 also sind das quasi drei seiltors oder wie 360 ist einer dann ist ein 720 zwei das heißt es müssten vier sein also was soll ich jetzt machen okay anu wo muss ich wo muss ich erntehelfer sein ich habe keine ahnung richtig macht schluss verzeihung wie er da muss ich doch bestimmt werden es tut mir leid ich weiß nicht was ist denn mit der quest was ist die was ist das ziel was ist das ziel der quest beendet habe ich doch ich habe ich keine aktiven quests mehr gerade ich weiß nicht ob sich beendet ist die quest steht beendet da aber ok dann gucken wir uns einfach mal weiter um was können wir noch machen ouch verzeihung zu mir leid so wo ist jetzt da sind stromleiter und da kann ich grinden warte da da kann ich lang grinden hier ich grinde leute wo ist das event das hier ja hier au ok entschuldige bitte was was willst du denn jetzt von mir oder ist im spookigen keller ist irgendeine belohnung das ist ja so geil so herrlich dumm einfach nur was jetzt oh das ist ja geil doom oder wolfenstein was ist das wolfenstein ich weiß es nicht ey das ist ja so geil lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe oh hey hoch jetzt damn okay warte hier waren wir Da können wir rein, dann bin ich da und jetzt hier ist auch wieder so ne Oma irgendwo, ne. Eieieiei. Oh, wie im Pokal. Eine Statue gefunden. Und dann jetzt durch das Haupttor. Hier ist der ein Gegner. Ne, doch nicht. Holger. Das ist dumm, das ist so dumm. Au. 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 Auf jetzt. Erschlappet. Oh, da gibt es einen heiligen Stuhl. Was jetzt? Was ist das? Das ist ja geil! Ich habe eine Oma-Kanone. Hier ist, irgendwie fehlt hier was. Was ist das für eine Absicht? Was passiert, wenn ich da runter springe? Vielleicht ist das drauf ausgelegt. Ich bin jetzt hier rein geglitscht. Ich bin jetzt hier rein geglitscht. Kurze Frage, ist das vom Spiel gewollt oder ist das vom Spiel nicht gewollt, dass ich jetzt hier rein geglitscht bin? Ich will nicht sehen, das ist glaube ich eher ein Bug. Ich würde dem Spiel auch zutrauen, dass es kein Bug ist. Aber ich glaube, wir sind in einem Bug gefangen. Hilfe! Mal gucken, was passiert, wenn ich hier hinter die Wand gehe. Hier ist nix. Hilfe! Hilfe! Ich hänge fest! Ich spring jetzt hier hinunter. Kann ich nicht. Kann mal jemand, ähm, die Programmierer anrufen? Hallo Programmierer, 0800, ich hänge fest. Guck mal, da würden wir... Aber wir kommen nicht... Wir kommen nicht mehr rein in die Innenwelt. Wir sind für immer in der Außenwelt gefangen. Ich muss hier irgendwie wieder zurückkommen. Ähm, Ziegenburg. Gibt es sowas wie Fast Travel? Wo ist mein Zuhause? Oh ja. Raus-teleportiert. Jetzt hab ich diese Oma dabei. Ey, ich treff nicht. Was? Was? Keiner kommt mehr. Überfall! Okay, was? Grüner Daumen. Gehen sie weg. Oder... Ich drücke die Oberkanone. Kann ich die... Ach guck mal, die kann ich auch wieder... Aber ich hab sie für alle Zeit. Ist sie meine. So, hier ist ein Event. Pflege die Pflanzen. Wie pflege ich denn die Pflanzen? Wie pflegt man Pflanzen? Steht das da? Keine Ahnung. Steht irgendwo, was ich jetzt hier machen soll? Pflege die Pflanzen. Vielleicht muss ich irgendwie irgendwas lecken. Ach, da steht's doch vielleicht. Welcome to plant school. Fertilizer. Okay, ich muss den Fertilizer da rein schleppen. Ich glaube, ich hab's. Aber ich muss ihn erst mal finden. Wo bewahren die denn ihren Fertilizer auf? Hier. Ne. Doch. Lecki. Und dann? Hier rauf. Hier auch. Und hier auch. Okay. Und jetzt? Lecki, Lecki oder was? Lecki, Lecki oder was? Ich weiß nicht. Muss ich Lecki, Lecki machen? Ich weiß nicht. Muss ich Lecki, Lecki machen? Wie war nochmal dieses... Wie konnte ich Emotes machen? V? Ja. Gibt's hier ein Lecken? Symbol? Näh? Ey! 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 Das ist Hammer! Was ist denn mit dir los? Geh weg! Kannst du bölken? Oh, ja, ja, das könnte ein Bölkton sein. Das kannst du, vielleicht ist es das. Ja, das war der Bölkton. Die ist frech. Wir haben fast eine neue Kaffeeausrüstung im Laden. Okay, Hammer. Die war richtig übergriffig, die Person hier. Wir machen ein bisschen Personenbowling. Ihr hängt alle unter einer Decke. Ihr drei. Du auch. So, wir machen jetzt einen großen Haufen mit euch. So, lasst mich in Ruhe. Oh, was ist ein Gärtneroutfit? Oh, kostet mich aber 8.000 Öcken. Wie viel habe ich denn jetzt schon erspielt? Wo steht da? 37.000. Wir müssen jetzt noch nichts kaufen. Auch wenn das alles wunderschön aussieht. Brettspielziege? Warum so? Alter, man kann die Giraffe kaufen. Das finde ich ja auch schon ein bisschen lustig, aber ich stehe hier falsch. Da sieht man sie besser. Wow. Wir sparen erstmal ein bisschen. Was können wir denn hier noch machen? Wir können versuchen, diese Aufgabe mit den Loopings zu machen. Ja, ein bisschen... Ah, reicht nicht ganz. Warte. Na? Vier Rückwärts-Saltos? Hallo? Das sind doch zwei 720s, oder? Wir müssen grinden. Oh, Mist. Au. Au. Oh, geil. Da kann man runtergriden und dann kann man super Lichtgeschwindigkeit erreichen. Yay! Au, ich bin runtergeglitscht. Ich will jetzt da oben rauf. Und dann machen wir... Da... Ich muss da oben rauf. Entschuldigen Sie. Na ja. Autsch. So. Ja, 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 ja. Nice. Das ist die Bananenfabrik. Komm ich jetzt da rein. Oh, oh, ich bin hoch. Du, 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 du. Müssen wir mal raufkommen. Da hinten ist auch irgendwas cooles. Okay. Ist es wieder Glitch-Zeit. ich will noch da ganz oben von da mache ich ein super salto aber ich glaube wir haben schon gerade diese quest mit der warp geschwindigkeit gemacht oder ich kann sogar fahren was gibt es so eine einfach was ist denn hier los warum glitscht denn so viel immer oder da kann ich bestimmt das ist so ein gebläse da kann ich oben rauf und dann fliege ich in die luft da ist ein ding vom diese hole ich mir dann machen wir den salto hier original ist nicht erwischt ich auf nein das ist ja einfach nur lächerlich frech na also wirklich ich bringe auf dem trampolin zählen ist das ein trampolin kann man das trampolin nennen das war ein neckbreaker ich glaube das zählt nicht als trampolin oder zählt das als trampolin das ist ein fön so ich will jetzt noch einmal dieses dieses ding da haben das gibt es doch gar nicht das muss doch möglich sein nein also für das 720 musst du dich noch nach links oder rechts drehen beim salto ach echt okay gut ich habe keine ahnung von sowas das war doch kein vorwärts oder 720 also beides wahrscheinlich das sieht doch gut aus was soll das ich habe keine ahnung au knack mir fehlt einfach das snowboard wissen um zu wissen was das ist doppelten 720 vorwärts oder rückwärts salto tipp ja gib mir ein tipp auf jeden fall ich hab's brauche keine tipps i made it i made it i'm the world's greatest ich ignoriere jetzt dieses diesen pokal selber schuld wenn ich da nicht direkt rankommen so was das haben wir hier noch schönes äh kann ich daran lecken? come on da kann ich doch dran lecken haha scheiße okay an öl geleckt was haben wir denn hier? hat sich jemand verschanzt ich kann mit allen autos fahren oh 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 hi man kann sterben? ne william franson sorry leute wie komm ich da oben rauf? ich will in die kirche rein serenity now serenity now serenity now so imperiales mausoleum euch es gibt bestimmt irgendeine reihenfolge der ich das machen muss so da ist ein so ein hedge machen sie auf ich will da rein wieso ist da ein hedge wenn man da nicht sonst reinkommt oh da sind sehr viele hedges da ist eine leiter wo ist das event? okay okay und jetzt? äh respekt zollen vielleicht irgendeine geste oh j membership n n ähm perfekte specien nein Respekt zahlen. F. F. Die machen Fotos von mir. Ich muss F drücken. Beim Grab F drücken. Come on, das ist es. Hier, er. Wieso denn ich F? Und jetzt? Ey, ey, ey. Wie hast du fotografiert die denn die ganze Zeit? Habe ich das jetzt gemacht? Ne, ich muss drei Leuten Respekt zahlen. Aber wo sind denn die anderen Gräber? Auf der anderen Seite vielleicht? What the frog? It's you. Okay, wo sind denn die anderen Gräber? Hier vielleicht. Guck mal, das ist doch noch ein bisschen Friedhof. Hat er mich... Sag mal, ist der irre? Ja, why me? Ja, genau, why me? Hat er mich gerade... Habt ihr das gesehen? Er hat mich gerade gekickt. Alter. Unfassbar. Oh, jetzt geht die Tür auf. Nice. Jetzt gucken wir erstmal... Sagst du immer und dann trittst du nach mir. Die ist ja jetzt drin. Jetzt gehen wir doch mal rein. Hallo. Oh, der Obergeist macht Party. Jesus starb am Crossfit. Oh Gott. Wow, Stirnband. Okay. Oh. Aua. Was passiert, wenn ich den DJ platt mache? Komm ich da oben rauf? Will ich da oben rauf? Ich will. Geh weg. Mami. Ahahaha. Den habe ich da rauf gekickt. Guck. Jetzt muss er da ewig nicht drauf laufen. Das ist ja fantastisch. Vielleicht muss ich auf jedes von diesen Laufbändern eintypen. Ja, das ist grün. Ja. Ja, 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 ja. Das ist es. Kommt Leute. Kommt alle da rein. Ihr miesen... Ne, der Bauern... Oh, ist mir egal. Wer von euch das macht, ist mir egal. Komm her. Steh auf. Und... Hihihi. Yes. So, hier. Diese frechen hier. Die so unfreundlich zu mir waren. Die müssen da jetzt rein. Nein. Nein. Du musst jetzt sofort... Sport machen. Ich bin's. Gino Goat singen. Einen müssen wir noch. Die Gärtnerin ist unschuldig. Ich will eine von diesen... Hier, die sind so unfreundlich gewesen. Ja, hi. Jetzt sagst du hi... Jetzt sagst du hi sehr und gleich trittst du wieder nach mir. Ich weiß doch, wie das bei euch läuft. Du gehst jetzt laufen. Sport, Sport, Sport. Aerobic. Oh. Mach mal neu. So. Kriegst noch eine Chance. Oh. Oh. Hier, dann... Was ist das? Oh. Dosenauto. Dosenbeats. Ist hier irgendwas aufgeploppt? Ne, das ist einfach nur die Lamme. Wo ist das Auto jetzt? Da. Mhm. Verschieße Energydrinks. Das ist dumm. Entschuldigung. Muss ich hier irgendwie eine Anzahl... von Leuten damit belästigen? Oh, das ist ein Geist. Guck mal, den habe ich befreit. Was mache ich jetzt? Muss ich jetzt jemanden damit abballern? Ich habe es noch nicht genau rausgefunden. Ich glaube, ich kann jetzt einfach damit durch die Gegend fahren. Oder? Warte. Warte. Mist. Ich treffe so keinen. Nur vielleicht. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das ein Achievement geben kann. Ich glaube, das muss ich hier nicht machen. Aber es macht Spaß. Entschuldigung. Wir fahren einfach weiter. Ey, was bist du? Kann ich den? Ich schieße leider immer zu hoch. Na gut. Wir fahren einfach weiter. Den können wir nicht noch abballern. Das muss doch ein Achievement geben. Gibt ja aber nicht so was. Alter. Alter Schwede. Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Alter. Der hat doch immer mein Auto geklaut. Ich wurde ausgeraubt. Oder was ist da jetzt passiert? Der hat mein Auto geklaut. Und jetzt beschwert er sich auch noch. Was ein Schwein. Was ist hier? Oh hier. Was ist das? Ist das ein Wohnladen? Äh ja. Also Möbelhaus heißt das. Möbelhaus. Oh, da ist ein. Wenn ich mich jetzt anzünde, kann ich mich hier löschen. Aber wie zünde ich mich an? Ich brauche irgendwas, was brennt. Hier. Da. Benzinkanister. Benzinkanister. Okay. Wie mache ich das jetzt? Yes. Yes. Es hat geklappt. Es ist ja fantastisch. Was sind das die für? Kann ich die nutzen? Ne. Oh shit. Da ist was richtig explodiert. was ist mit dem stinkebeutel hier stinke müll jetzt stinke ich auch ich muss mich duschen vielleicht gibt es dafür auch ein achievement wenn ich mich entstinke es gibt ja wirklich polizei sag mal du willst nicht mein auto das ist wie viele gibt es ich dachte das wäre ein besonderes auto jetzt habe ich das schon drei von wo ist die polizei ich will verhaftet werden dreimal oder ist auch irgendwas eine mütze pizza lieferant neue ausrüstung patchflix nicht mein auto klauen oh geil bowling das finde ich zu laut was du machst ok jetzt ist er weg was haben wir können hier bowling spielen oh nein komm 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 Roll 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 Mist, zu langsam. Au. Entschuldigung. Mist. Komm, ich will so ein... Das gibt's doch nicht. Das ist hier richtig glipschig. Da muss ich einfach gegenschlagen. Guck mal, der hebt die auf. Das ist ja geil. Oh ja. Oh! Kein Achievement? Wieso das denn nicht? Das war perfekt. Das war doch perfekt geschossen. Warum hab ich jetzt nicht ein Achievement? Das war doch voll gut. Alter! Alter, das gibt's ja nicht. Ich spiel hier Bowling! Lass mich in Ruhe! Was ist das für ein Sauger da hinten? Was wird hier gesaugt? Was saugt da? Vielleicht muss ich hier alle neun, zehn, alle zähne. Oh! Äh, geiler Joke! Achtung! Fürs Best-Off jetzt. Pass auf, Mara ist nicht da. Wir können ihn jetzt einfach ins Best-Off schmuggeln. Wie heißt ein Bowling-Club für Zahnärzte? Alle Zähne. Nimm das, Mara. Es muss doch irgendwas passieren hier. Wenn ich hier ein Reuel-Flasch-Kegel Nice! Komm, Achievement, Achievement! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh! Wow! Da muss ich mit schießen, wahrscheinlich. Mit Saurons Auge. Ach du Scheiße. Okay. Das gibt's doch nicht. Die fliegt viel zu weit. Was ist going on here? Hallo? Und jetzt? Hallo, Pam. Huffer? Da liegt sie, da unten. Da muss doch jetzt noch was passieren. Das kann doch nicht sein. Da muss doch irgendwas jetzt noch passieren. Das gibt's nicht. Ich erwarte mir das. Ich erwarte jetzt, dass da irgendein Chief mit irgendwas Geiles muss jetzt kommen. Komm jetzt. Yes! Ey, komm! Komm, 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 komm! Komm, das war richtig gut! Mist. Okay, ich... Da ist sie schon wieder. Dumm. Ich liebe dich! Hier ist ein Supermarkt. Guten Tag. Was ist denn? Hier die ganzen Autos, das ist... Was... Was ist denn? Chaos! Nein! Das hat er nicht gemacht. Der... Das hat er nicht gemacht. probably should be here. Probably should be here. Warum? Was heißt das? Wo ist denn der Eingang? Hier sind die Einkaufswagen. Hier muss der Eingang sein. Kein Eingang. Supermarkt ist ges... Oh! Apotheke? Auch geschlossen. Aber da können wir oben raufklettern. Ich habe die... Habe ich diese Bowlingschuhe... Okay. Hallo! Das war sehr dumm. Gut, es geht noch weiter hoch. Oh, da können wir einen richtig coolen Seiltor machen. Und wir... Oh, wir können ja auch grinden. Oh ja, das machen wir. Ohohoho! Wo grinden wir denn lang? Da lang. Warum? Nils? Warum ist das passiert? Das machen wir natürlich direkt nochmal. So? What? Nein! Ey! Ey, du mieses Schwein! Das ziehe ich jetzt durch. Das ist mir egal. Eines Tages wird es klappen. So. Jetzt, komm mal. Wieso? Der hat mich da runtergeschubst. Ich bin ohne... Schuld. Ich bin ohne Schuld. Ich bin ohne Schuld. Nochmal. Ein Versuch geben wir uns noch. Ich bin ohne Schuld. So. Vielleicht sollte ich doch mal links lang grinden. Yay! Super Grind! Super Grind! Wow! Turbo Grind! Oh Gott! Geht's noch schneller? Wir werden richtig geröstet. Es gibt bestimmt auch ein Achievement, wenn man eine bestimmte Zeit grindet. Das ist ein Tunnel. Grindy Grind. Ach du Scheiße. Au! Au! Was ist hier? Elektrizitätswerk. Elektrizitätswerk. Da kommt man auf jeden Fall rauf. Macht mich direkt neugierig. Oh. Oh Gott, den muss ich rösten. Und jetzt? Geil! Geil, geil! Ich bin... Ja! Ja! Ja, 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 ja! Ja! Ich muss diese ganzen Tesla-Spulen oder was machen und dann erst mal muss ich da hoch springen. Und dann passiert was cooles. So. Also. Wieder da rauf und dann gucken wir. Das ist sehr, sehr, sehr gut. So, wo sind die ganzen... Da ist eine, da oben ist eine. Ist da drüben noch eine? Dahinter wahrscheinlich, ja. Wo ist noch eine? Fuck. Wo ist da noch eine? Ist da eine drin gewesen? Ne, oder? Was ist das da oben? Ne, das... Warte mal. Das kann nicht alles sein. Wo ist... Oder ist da jetzt schon die Tür dadurch aufgegangen oder sowas? Jetzt gehen die wieder aus. Was ist denn da noch? Was kann ich da noch? Hm. Oder? Also müssen wir hier diesen Famalideiten... Das hier bitte einmal ausmachen. wo? Wo? Was ist da denn noch? Wo? Oh. Ah, okay. Und was können wir denn damit machen? Und was können wir denn damit machen? Vielleicht ist es auch einfach nichts. Hey, how are you? Hi. Der ist ja nett. Der ist freundlich. Den schubs ich nicht um. Was ist in diesem Tunnel? Ah, Fußball. Oh, da hätte ich Bock drauf. Aber das geht nur um Multiplayer, oder? Ja, das geht nur um Multiplayer. Schade. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Wir müssen ein Tor machen. Achtung. Toll. Kein Jubel, kein Applaus. Dann gucken wir hier rein. Vielleicht doch nach oben, oder? Komm. Das lässt mich nicht los. Ich will es nur einmal probieren. Ich habe das Gefühl, wir waren so kurz davor. Der Zaun war gerade elektrisch. Elektrisiere Elektriker in den Kasten schubsen und versuchen nach oben zu kommen. Ja. Aber wir probieren es nochmal. Wir kommen ja auch so oder so irgendwie nach oben mit dem. Komm. Oh nein. Nicht wieder irgendwo reinglitschen. Please. So. Da, guck mal. Da ist zum Beispiel eine Leiter. klar. Ja. Nein. Nein. Ah, da komme ich hoch. Das klappt. Pass auf, da komme ich irgendwie hoch. Das kriege ich jetzt hin. So. Ha. Okay. Hier. Dann runter. Nein. Ich war nicht mehr so. Ah. Ich war zu langsam. Schnell. Das kann ich noch schaffen. Schnell. Das kann ich noch schaffen. Schnell. Nein. Versprungen. Ach. Mist. Mach nochmal. Alter. Es erwartet uns irgendein mächtiges Geheimnis. Ich will es jetzt wissen. So. Okay. Jetzt schaffen wir es. Pass auf. Ja. Oh. Was haben wir gemacht? Okay. Und jetzt? Okay. Wir haben irgendwas auf der anderen Seite des Berges. Oder vielleicht auf dem Berg. Okay. Super gut von uns. Oh. Jetzt müssen wir vielleicht durch den Tunnel. Wir werden sehen. Oder da den Berg rauf. Was meint ihr? Da ist auch ein Heißluftballon. Ist das auf dem Berg? Hier ist ja sogar ein Bergpfad. Wir gehen mal auf den Berg rauf. Es kann auch kein Zufall sein, dass es hier so einen schönen Weg gibt. Und. Hier geht es weiter. Oh Gott. Ihr wisst was passiert. Oh geil. Ah. Zu weit. Ist das alles du hast? Yes. Kein Achievement. Da liegt er jetzt. So. Wo ist jetzt der? Da. Galopp. 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 Oh. Wir nähern uns der Sache. Oh Gott. Die ist ja voll weit weg. Was ist das? Oh. Hm. So. Was ist das? Hi. Hey. Was ist denn das Ulkiges? Okay. Wenn ich jetzt diese Ventilatoren hier weg mache, dann schmilzt das. Oder? Ergießt sich dann ein Bach? Da ist irgendwas unter. Oder ist das? Ne. Das hat doch auch Elektrizität gerade. Okay. Guck mal da hinten auf dieses Gebäude da. Da müssen wir hin. Aber erstmal gehen wir hier an diesen Aussichtsturm rauf. Gucken wir uns an. Oh. Die haben Aluhüte auf. Ähm. Ich hatte gedacht, wenn ich alle Ventilatoren umkloppe, dass dann das Eis schmilzt. Vielleicht haben wir einen Ventilator übersehen. Au. 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 Rutschig. Au. 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 Sehr rutschig. Au. Au. Sehr rutschig. Aber es kann natürlich auch eine völlig... Was war das? Achso. Falsche Theorie sein. Hallo. Oh. Das sind so Men in Black. Hat das mich gerade beleidigt? Ja. Au. Au. Aber wir gehen jetzt zu diesem Hoch raus. Ich schnappe mir das nächstbeste Auto. Sinnlose Gewalt. Will ich einfach alle diese Klischee Holz verleihen? Selbst das, was sie in Holz verleihen. So, wo ist ein Auto? Wir brauchen ein Auto. Wo ist der Firmenparkplatz? Hier. Da schnappen wir uns mal diesen grünen hier. Und los geht's. In Richtung dieses mysteriösen Hochhauses. Autsch. Verzeihung. Au. Alles gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Tschüss. Tschüss. Ich komme jetzt da rüber. Oh. So. Ich glaube wir fahren unnötige Umwege. Hier lang? Okay. Wir sind auf jeden Fall richtig. Was ist das? So, muss ich da jetzt rein? Oh, geil. Oh, das ist ja super. Das ist super. Okay. Okay. Jetzt muss ich da drunter gehen. Ich muss da drüber springen. Ach du Scheiße. Okay. Ach du Scheiße. ähm. Ich befürchte. Ich muss. Da war auf. ganz gut. Oh. Oh, bitte nicht die Laserstrahlen. Guck mal, ey, das ist hier Haus des Geldes und die wissen nicht, wie sie da durchkommen. Das ist hier einfach nur frech. Ok, das ist super. Die wird verhört, was ist das? Hippie. So, raus geht's. Aber das war schon erfolgreich, oder? Also, wir haben die Mission erfüllt, oder? Jetzt stink ich auch noch. Quests. Ah, finden und aktiviere alle 5G-Türme. Ah, ok, verstehe, das war vielleicht dann einfach schon die Quest. So. Respekt. Da, Mission Impossible, ja, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt schon sehr viel Geld. Wir brauchen aber nichts Neues, oder? Wollen wir irgendwas Bestimmtes haben? Die Elfentunika sieht ganz süß aus. Man kriegt ja auch dann die Sachen alle umsonst, also wenn man die Quests macht, alle umsonst. Muss man kein Geld für ausgeben. Schlitten. Oh, Feuerwerkskanone ist vielleicht doch ganz lustig. Hm. Oh, geschmolzene, oh, hier eine Lavaziege. Hot Rod. Oh, hier. Oh, eine gestreifte Ziege. Ja, da gibt es schon so ein paar interessante Sachen. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, das müssen wir jetzt unbedingt haben. Die Hörner indes, das ist mal interessant. Okay, was haben wir denn hier? Quad. Minora. Tennisbälle. Ist hier irgendwas bei, was wir besonders nice finden? Ich finde ja fast die am coolsten. Die sind übertrieben. Die hängen uns doch komplett im Gesicht hier. Das ist doch ein bisschen zu viel, oder? Ähm. Waffel. Oh, Kerzen finde ich auch. Elchgeweiß ist auch gut. Kerzen ist auch. Bro, die Brohörner sehe ich hier. Mr. Mr. Goodheart möchte gerne die Brohörner haben. Oh ja. Jetzt sehe ich, ich trottel. Ich habe ja nur kurz auf die kosmetischen Aspekte geachtet. Aber. Aber. Ah ne, oder? Geringe Präzision und Reichweite. Warte mal. Doppelte Hornladung. Doppelte Hornladung. Ne, aber. Haben die auch einen Gameplay Aspekt hier? Da steht doppelte Hornladung, aber ich glaube, dass das Quatsch ist. Ne, das ist Quatsch. Gag Texte, ja. Die Elchziege hörten wir. Das hier ist die Elchziege. Das ist die Elchziege. Ist natürlich auch nicht schlecht. Das Flavort Text. Okay. Okay. Ich mag auf jeden Fall. Die mag ich. Simpel, aber cool. Aber Elch wird hier gesagt. Und Bro habe ich bislang gehört. Öko höre ich hier. Was ist Öko? Das ist Öko, ja. Oh, Öko ist natürlich auch ganz süß. Mit den Tauben da drin. Ach komm. Raketen? Wo ist Raketen? Achso, Raketen wäre dann natürlich was anderes. Komm, pass auf. Wir machen das einfach mal. Ah, jetzt haben wir die gekauft. Bam. Und... Kann man mit den Raketen auch fliegen dann? Oder... Es gibt die Feuerwerksdinger. Kann man Leute direkt abschießen. Ist natürlich auch nicht schlecht. Einsaugen. Und... Oh. Oh, damit kann man Sachen durch die Gegend schießen. Oh, damit können wir fliegen. Okay. Okay. Ja, das ist doch ganz süß. Damit können wir ja von hohen Gebäuden auch fliegen dann. Ist mich gerade beleidigt. Oh. Oh. Ich denke die wollen mich fest. Ich muss jetzt zweimal, äh dreimal noch, also insgesamt dreimal, aber zweimal noch von der Polizei verhaftet werden. Dann gehe ich hier in die Polizeistation und... Mach hier richtig Ärger, damit die mich verhaften. Ich kann ja vielleicht auch jemanden befreien, der zu Unrecht hier sitzt. Ich glaube... Oh, guck mal. Das sind die Freunde, die sind... Das ist der Original, die... Das ist meine Zelle. Ich befreie dich. Komm raus. Raus. Das ist Freiheit. Diese Frau gehört hier nicht in den Knast. Ich habe es genau gesehen. Sie ist unschuldig. Sie ist unschuldig. Wahrscheinlich wollte sie eine Anzeige aufgeben. Okay, cool. Ich denke ich werde jetzt verhaftet. Verhafte mich doch endlich. Why me? Kann ich noch jemanden rausboxen? Da, erstmal hole ich mir das. Ich muss schlimmere Dinge tun. Hat sich erschreckt. Entschuldigen Sie, Staatsgewalt. Die macht Fotos. Dafür kommst du eigentlich ins Gefängnis. Fop, 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 fop. Überfall. Überfall von oben. Wir haben uns einfach dazu gesetzt. Raus mit dir. Gottenburg. Was haben wir noch? Lustige Abenteuer. Polizeiauto. Au! Ey! Die Garage. Was ist das? Atelier. Oh. Wow! Das gab auch ein Achievement. Oh, da kann man durch diesen Reifen springen. Wie komme ich wieder zurück? Da ist eine Brücke. Ich muss vielleicht durch den Reifen springen. Durch den brennenden Reifen. Warte. Oh, war jetzt die Rampe. Da hinten Bezeihung Möchte ich mich entschuldigen? So, hier Da müssen wir nochmal durchdüsen Wo ist der? Ah, der ist auf der anderen Seite Ah, ich glaube, das ist doch nicht so gewollt Aber wie kann ich denn? Da hinten ist eine Kanone Ah, so ist das gedacht Okay, das ist cool Wuhu Der Huferdam Au Oh Gott Zeit, das Auto Wasser zu lassen Da, durch die Kanone Und dann müssen wir durch diesen Feuerring Das gibt doch bestimmt Irgendeine Belohnung Rein da Autsch, nicht hoch genug Wir fliegen über das Wasser Jesus, goat Hätte höher zielen müssen Cardi Cosplay Herzlich Willkommen Wir spielen Goat Simulator 3 Cardi Und unser Ziel ist es Durch diesen Ring Gefeuert zu werden Zu hoch Zu hoch Zu hoch Dumm Au Oh, warte mal Ist hier vielleicht noch so ein 5G Ding? Ne Wir müssen wieder rüber Wie machen wir das? Wir fliegen rüber What a goat Na ja, warte Flick Flick Guck mal Das ist doch super mit dem Fliegen So, jetzt schaffen wir das aber Es gibt ein fettes Achievement Davon bin ich überzeugt Oh Fettes Achievement Genau Also vielleicht So Ja, ja, ja Nein Ah, goddammit Ah 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 Weiß gar nicht, ob ich so oft tippen muss Ich Zack Die Leertaste Okay Rauf da Jetzt schaffen wir das Schaffen wir das? Was glaubt ihr? Platzieren sie ihre Wetten jetzt Also so waren wir gerade Also würde ich sagen Jetzt so Okay, das ist die größtmögliche Frechheit Alter Leg Stopp Was? Bringen wir diese Whistleblower Pfeife hinter Gittern? Okay, wer ist ein Whistleblower? Woher sie, woher weiß ich, woher weiß ich, dass jemand, ach da ist ein, sind das die Whistleblower? Tinkerbell, Big Bad Wolf und Goldilocks Ich hab'ne Idee Leute Das ist doch die eine von denen Das seh ich doch Entschuldigen Sie, ich hab meine Verbrecherin gefangen Yay, wir haben eine von den Whistleblowerin gefangen So, das ziehen wir kurz vor Und dann gehen wir gleich zurück und machen diesen Stunt nochmal Hier gibt's auch irgendwo wieder So'n Pokal Hört immer an dieser Musik, ja? Boah, das ist nochmal kurz die Also, hier hatten wir Goldilocks, hatten wir Big Bad Wolf und Tinkerbell Was? Die ist auch schon im Knast Die ist einfach respawnt Die kann aber nicht weit weg sein Was ist hier? Wo kann sie sein? Habt ihr sie gesehen? Wenn das jetzt zu lange dauert, dann machen wir das nicht Dann geh' ich zurück und mach' die Rakete Ich dachte, das kann ich mir mal so eben Na egal, wir wissen jetzt ja, wo es ist Komm, wir machen erst die Rakete Wo sind die Matratzen? Da Wuhuuu Vielleicht können wir jetzt sogar von hier in das Kanonenrohr Yes! Haha, es hat geklappt So, jetzt aber Komm Yay! Bei mir, was machen wir denn? Fuck Wollten wir uns denn hinschießen? Wir waren ganz oben auf dem Gebäude. Können jetzt hier auch sliden? Oder grinden heißt das ja, Entschuldigung. Grindy, grind! Oh, fuck. Ey, ey, ey. Haben wir jetzt irgendwas Großartiges erreicht? Diesen erfolgreichen Stunt. Guck mal da. So, was haben wir jetzt? Da fliegt irgendwas. Was fliegt denn da? Au. Ich hätte mich da ja vielleicht raufkatapultieren können gerade. Dieses, ist immer dieses Leuchten, sind das meine Flügel oder was leuchtet da die ganze Zeit? Äh, also, was heißt leuchtet? Was klingt da so? Ihr wisst, was ich mein. Dieses komische Geräusch. Ist das das Gebäude hier? Ja. Ich glaub ja. Ich glaub nicht, dass ich da jetzt oben rauf muss. Okay. Da oben ist, seht ihr das? Da oben ist ein... Warte auf. Können wir da... Ah. Wo komm ich denn jetzt rauf? Von der anderen Seite. Warte. Ah. Okay. So. Okay. So. Und jetzt? Mann. Nein. Ah. Yay. Jetzt müssen wir da oben rauf. Okay. 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 Oh. Ich zieh weiter nach oben. Hier nicht. Da. Auf die Art und Weise kommt man wunderbar ausgebäutet... Oh. Nein. Nicht runter fallen. Okay. 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 Oh, da helfen uns diese Flügel aber ganz gut. Habt ihr gedacht, ne? Ich esse. Wir kommen wirklich nach oben, Leute. Ich hab's jetzt nicht für möglich gehalten. Die sind super, die Flügel, die helfen uns. Hup, komm mal. Ja, knappe Kiste. Und noch einmal. Yes, das ist ein bisschen wie Only Up, oder? Oh, das ist tricky. Das ist tricky. Ah, ich lass mich aber nicht, ich lass mich nicht überlisten. Guck mal, das Gegengewicht hier. Ich leg da noch was drauf. So. Ha, ich bin, na. So. Mist. Ich will da nämlich nicht runterfallen. Ich will das Gegengewicht hier noch erhöhen. Geht nicht. Das ist doch ein Trick. Wenn ich da denn raufgehe, falle ich runter. Ich will noch nicht von vorgestern. Komm her. So. Meint ihr, ich falle da runter? Explodierten. Was ist da drüben? Oh Gott, ich hätte richtig Schiss da jetzt runterzufangen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich da runterfalle. Boah. Oh, Scheiße. Nein. Auf dem Rückweg. Ich habe anderes vor jetzt. Oh, fuck. Das können wir immer noch auf dem Rückweg holen. Ich will es nicht riskieren, hier runterzufallen. Hey. Hey. Okay. So, jetzt rauf da. Okay. Das ist eine Only-Up-Referenz hier auf jeden Fall. Oh, da muss ich hier auf die andere Seite, von da vielleicht hoch. Nee. Das muss hier schon klappen. Oh, da fliege ich aber weg. Nee. 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 Okay. Okay. Und jetzt? Oh. Nein. Oh. Boah. Aber was mache ich denn da oben? Was passiert mit mir? Und dann gehe ich da hoch und dann? Wenn ich den hole, werde ich ja ganz offensichtlich vom Turm runtergeschubst. Das ist ja alles nur, um mich in die Falle zu locken. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Auf dem Ding grinden, aber das geht ja auch in die falsche Richtung. Was mache ich denn jetzt hier? Erstmal habe ich eine gute Aussicht. Aber das kann ja nicht alles sein. Der Typ da mit der Angel, da kann man bestimmt auch drauf rumgrinden. Der goldene Typ. Ich muss nochmal versuchen ganz nach oben zu kommen. Nee. Boah, die Flügel sind super. Man kommt auf jeden Fall darauf, aber grinden kann ich nicht. Ich glaube nicht, da geht irgendwas. Ähm. Was erwartest du denn? Du hast erst einen von drei Türmen aktiv. Ja. I know. Aber du hast doch gesagt, ich soll hier hin. Du hast doch gesagt, auf zum Turm, Ansel. Das ist ja nicht so viel. Also. Wir holen uns jetzt. Zumindest. diese Belohnung ab. Wo war sie denn? Auf der anderen Seite. Da. Okay. Und dann können wir wieder runter. Wo war der andere? Da. Und boing. drüben. Haben wir hier drüben? Ne, ne? Kann man hier noch machen? Den Kran irgendwie runter lassen? Okay. Jetzt mache ich es gleich. Jetzt stoße ich sie runter. Oh shit. Tschüss. Simon! Kretschmann! Hallo Simon Kretschmann! Wir spielen Goat Simulator! Drei! Das müssen wir mal zusammen spielen. Mit der Gang. Das wird dir auch gefallen. Insbesondere, weil ich jetzt ja mehr weiß schon als ihr. Und dann bin ich der Anführer. Und das findet ihr immer so super. So. Wir machen jetzt folgendes. Ich mache jetzt ein mega super Loop. Looping. So. Achtung. Mega Looping. Johohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich kann easy von da oben einen Mega-Rekord aufstellen, indem ich einfach fliege. Welt-Rekord incoming! Oh krass, ich kann einfach tausende Seiltoos machen. Einen Rekord aufstellen, das ist wirklich lustig. Wir wollten eigentlich der Polizei ja noch helfen, ne? Wo war die nochmal? Die Polizei. Vorwärts-Saltos! Schade, dass man dafür nicht Geld kriegt. Hier war doch irgendwo die Polizei. Weiß ich nicht mehr wo. Was ist das? Ey! Alter! Was ist das denn hier? Präsident Election. Lass dich zum Präsidenten wählen! Oh ja! Was ist mit dir los? Bist du wahnsinnig? Ich bin Präsidentschaftskandidat. Präsident Election! Lincoln vs. Goat! Wir müssen ihn einfach umhauen. Ich bin ja der einzige, der noch verbleibt. Beeinflusse die Wähler. Ähm. Wie kann ich denn die Wähler beeinflussen? Vielleicht indem ich den einfach kaputt mache. Vielleicht... Oh, warte! Vielleicht mit nem... Warte! Vielleicht kann ich die beeindrucken mit nem... beeindruckenden Sprung. Harte! Na? Und? War das beeindruckend? Weiß ich nicht. Nochmal! Ach! 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 Leute! Was sind denn überhaupt die Wähler? Oh! Burger! Für die Wähler! Oder ich slack sie an oder was? Was soll ich... Was wollt ihr denn von mir? Okay, die ist beeindruckt! Okay. Ähm. Mini-Trump! Was muss ich machen? Oh! Ich glaub... I was a goat once! Ja, weiß ich nicht, beeinflusst die das? Rückwärtssalto! Was soll ich noch machen? Seid ihr beeindruckt? Ist hier die Wahlkabine? Ich wähle für mich. Ach! Ich weiß! Jetzt hab ich's gecheckt! Jetzt hab ich's gecheckt! Ich muss die da reinkloppen! Yes! Jetzt hab ich's gecheckt! Oh! Hammer! Rein mit dir! Yes! Wie viel brauch ich denn noch? Du! Jede Stimme ist mir was wert! Reicht das immer noch nicht! Warte! Du! Du bist eine Wählerin! Bleib hier! Du kommst zurück! Du musst für mich wählen! Ich will Präsident werden! Das ist gut für das Land! Und die Welt! Rein! Du kannst zweimal wählen! Wir nehmen das nicht so genau! Du hast doch dreimal wählen! Na gut! Du hast noch nicht gewählt! Eine noch! Ne! Ich hab gewonnen! Aber du kannst auch nochmal wählen! So! Yes! Wir sind Präsident! Und da ist unser Monument! Oh! Oh! Wir haben einen neuen Hut! Oh! Okay! Wir sind im Rang aufgestiegen! Glaube ich! Ich trage 25 Gegenstände als Hut! Okay! Das ist dumm! Wir können einfach alles jetzt ans Hut tragen! Und wenn ich 25 verschiedene Gegenstände habe, dann... Ich will mich selber begutachten! So! Das ist ganz gut getroffen! Hier oben stehen wir jetzt! Was können wir noch als Hut tragen? Mit einem Mensch? Ne! Aber das! Ne! Das ist ein Loch! Das hatten wir gerade schon! Hier ist ein... Tank! Okay! Das ist ja super! Äh! Ey! Ey! Seien Sie nicht so laut! Oh! Polizei! Die wollte mich nochmal festnehmen! Sehr gut! Jetzt habe ich ein Achievement! Lol! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss! Das ist ja sensationell! Wo fliegen wir jetzt hin? Ich weiß es nicht! Ich weiß es auch nicht! Aber vielleicht auf den Heißluftballon! Wir haben die Stratosphäre erreicht! Wir haben ein super Achievement! Tschüss ihr Trottel! Ey! Ich wollte auf den Mond! 100% kann man doch da was machen mit dem... Da müssen wir... Da können wir eigentlich hin grinden! So! Leute! Ich sehe eine Ballonfahrt auf uns zukommen! Oh! Oh! Wir brennen! Au! Ey! Au! Ihr müsst alles ruinieren! Ich will Ballon fahren! Oh! Was war das denn? Ich habe außerdem eine Bombe gezündet! Oh! Okay! Ich darf nicht mehr Ballon fahren! Schade! Was haben wir noch hier? Da waren wir auch schon mal oder? Waren wir hier schon mal? Doch! Das ist ja dieses verrückte Holzfällerwerk! Da waren wir auch schon! Oh! Kreissäge! Da ist ein Trampolin! Und wo kommen wir damit hin? Einfach nur rüber! Da ist ein Dixi-Klo! Gerimo! Oh! Was ist das? Ah! Nur Mehrspieler-Modus! Also es gibt hier wirklich sehr viele Spiele, die man nur im Multiplayer spielen kann! Das müssen wir alles nochmal nachholen! Hey! Buddy! Stinke Müll! Wollen wir nicht! Guck mal hier! Guck mal hier! Guck mal hier! Du lässt die Fische in Ruhe! Fischfutter! Fischfutter! Das finde ich nicht in Ordnung! 25 verschiedene Sachen und wir kriegen das nächste Achievement! Da man sich hier quasi jeden Scheiß aufsetzen kann! Das ist gar kein Problem! Super Grind! Turbo Geschwindigkeit! Oh! Zeltlager! Oh! Oh! Lombasto! Hier können wir uns ein Auto klauen! Die Flügel sind super! Entschuldigung! Ich interessiere mich für diesen Wagen! Entschuldigung! Ich interessiere mich für diesen Wagen! Gefällt mir! Oh! 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 Der kann wahrscheinlich richtig explodieren! Oder? Jo! Oh! Und mein Auto ist jetzt auch... Das ist das Scheiß! Das ist dumm! Einfach komplett ruiniert! Oh Gott ey! Ich weiß nicht ob mein Auto gleich noch explodiert möglicherweise! Ich sollte mal hier zum Brunnen fahren, dass es ein bisschen gelöscht wird! Ja! Hat geklappt! Oh fuck! Entschuldigung! 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 Ich krieg so einen Schub! Ich kann das gar nicht beeinflussen! Au! Entschuldigung! Aua! Yo! Also! Action! Oh! Das sind Bananen! Was ist da hinten? Da krieg ich doch wieder eine Statue! Geil! Sechs von 29 ist doch gar nicht so... Oh! Oh! Okay! Ist hier irgendwas? Was ist das? Oh! Das darf ich auch nicht machen! Auch Multiplayer! Schade! Okay! Das muss ich definitiv nochmal mit den Homies spielen! Der wird nicht gefaulenzt! Oh! Neues Event unter Druck! Was soll ich machen? Besorge einige Arbeiter um den Container hochzuheben! Ähm! Okay! Wo müsste ich die Arbeiter hinbringen? Wo? Warte! Ja! Hier! Das Ding! Okay! Das Ding ist hoch! Ah! Muss ich die da nicht einfach gegen schleudern? Ja! Die muss ich da gegen den Container schleudern! So! Du hilfst mal mit! Steh auf! Ja! Ich bin ja schon dabei! Die wollen nicht so wirklich freiwillig! Ich schubs die hin! Okay! Die müssen vielleicht einfach lebendig bleiben! So! Oh no! Gehen sie zu dem... Da ist der Chef! Ey! Du sollst mich anfassen! Ja, der macht jetzt hier Fotos oder was? So! Der ist Matsch, der darunter liegt, glaube ich! Ja! Okay! Ja! Oh! Das war ja einfach nur gemein! So! Wir können doch mal zur Ziegenburg gehen! Wir sind jetzt ja aufgestiegen im Level! Und da... Oh! Ich bin richtig weit weg! Guck mal! Äh! Äh! Hier haben wir angefangen! Und... Der Muuul! Vielen Dank für den Support! So! Rein da jetzt! In unsere Ziegenburg! So! Was ist jetzt da? Siehste! Da kann ich mich auf diese Plattform stellen! Dann verschwindet eine der Ketten! Geben sie mir die Belohnung! Und was ist es? Ja! Wir haben eine höhere Ebene erreicht! Oho! Jetzt haben wir schon Bedienstete! Was ist denn hier los? Guten Tag! Crossfit! Ja! Das hatten wir ja gelöst! Kriegt man für alle Quests hier so eine kleine Ecke dann? Oder wie? Wir sind jetzt eine Turmebene höher! So habe ich es verstanden! Was finden wir denn hier noch? Wow! Das ist einfach ein Gartenstuch! Einfach ein Gartenstuch! Hier ist Schluss! Da ist auch nichts mehr! No! Aber hier! Was ist denn hier? Ah! Das waren die, die wir befreit hatten! Oh! Also alle unsere Taten werden in diesem Turm manifestiert! Das sind die Blumen, die wir gepflanzt haben! Ah! Ah! Das ist ja schön! Alles was wir erreicht haben wird hier sichtbar gemacht! Das gefällt mir! Was ist hier? Der Container von eben! Deaktivieren! Container! Kann ich den wieder aktivieren? Das ist ja nice! Ah ja! Und hier ist... Ist es der von... Okay! Warte mal! Was macht der denn hier? Was ist denn jetzt hier passiert? Was kommt der denn her? Steht der in einem Zusammenhang mit dem... Container da oben? Warum ist denn jetzt das Ding hier auf einmal? Hallo? Muss ich den an einen Ort ziehen? Warum ist der hier? Der soll da nicht so hässlich auf der Stufe rumstehen! Was macht der? Da geht es wieder raus! Na gut! Alles ein bisschen größer! Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem Level? Boah! Das ist ja... Guck mal! Das ist ja fast schon erreicht! Wir haben ja gleich den nächsten Rang schon! Wir müssen nur noch vielleicht ein Event machen! Und dann kommt noch ein Level Up dazu! Wir waren ja auch relativ weit! Also hier ist ja Anfängergebiet! Was haben wir denn hier in der Nähe für Events? Dilbos Reise! Instinktschreien! Und wir gehen mal zu Dilbos Reise! guck mal! W chair mal! Ey! Wisst ihr was? Ich hab meine Flügel nicht mehr an! Warum? Was kann das denn? Ich will meine Flügel zurück! die sind nämlich viel besser als alles andere hier hobbits hobbit anspielung guck schaut mal hey der ring muss tief in den berg inferno gebracht und in den feurigen abgrund ok jetzt haben wir den ring auf dem kopf hahaha das ist ja geil das ist ja nur geil aber wo müssen wir jetzt hin gibt es dazu da oder ist es das ne king of the hill ne Mist wo weiß ich denn wo ich hin muss gibt es da hinweise erstmal vermutlich zum berg oder kann ich nicht sehen Ihr könnt mich nicht sehen. Hier ist noch eine Rampe. Die Polizei will mich schon wieder fangen. Was ist das schon wieder? Ich werde mega schnell mit dem Öl hier, oder was ist das? Okay wir müssen diesen Berg finden. Ey, au! Was ist das? Also, oh das Ei da. Ich habe eine neue Idee. Ich will wieder das Ei. Wir müssen dem Ei beim Schlüpfen helfen. Oh, schaut mal, da ist noch so eine Statue. Ey, kann man darauf nicht. Doch. Oh, das war knapp. Yeah, haben wir. Mist. Jetzt rüber zum Ei. Und das müssen wir vermutlich kaputt machen. Au. Egal. Gehen wir hier lang. Gegen kloppen, oder? Nein. Mist, wir können damit gar nichts machen. Schade. Dann ist es halt hier. Neues Event. Eier knacken. Nutze die Radohren, um ein Dutzend versteckte Eier zu finden und zu knacken. Aha. Welche Ohren? Radohren? Oh. Ähm. Ach, da! Die muss ich. Da. Guck mal, die Radohren. Und jetzt? Oh. 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 ach warte mal die zeigen in die richtung oder zeigen die das ja ich glaube hier keine ahnung ob ich das gerade richtig das geweih abnehmen ja muss noch mein geweih dann muss es auch erst mal checken ich bin mir nicht sicher ob das richtig ist was ich gerade mache wurde die 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 Ich weiß nicht ob du noch da bist oder ob du jetzt schon wieder irgendwie Eintracht TV gucken bist. Wir müssen Goat Simulator zusammenspielen! Edelife! Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe diese Ohren nicht zu 100%. Ich glaube ich bin in der Nähe. Die werden immer aufgeregter. Okay, die drehen immer mehr durch. Ey! Leute, wir spielen Goat Simulator 3. Da müssen sie vermeiden Seiten. Ah ja. Wir müssen, ich habe so eine bescheide Quest, da. Da ist die Leiter. Da ist das Ei, ist das Ei? Yes! Was? Das war's schon? Sattelschleuder! Verwende, um angeleckte Objekte zu schlucken und in Eier zu verwandeln. Geben die Federn eigentlich irgendeine... Ey, hätte ich den Federn einfach folgen müssen vielleicht? Ich müsste wahrscheinlich einfach den Fehlern folgen. Oder? Gibt es denn jetzt, habe ich das jetzt, die Quest beendet? Ich glaube ja. Oder wollen die mir noch Hinweise geben? Ich glaube, ich habe sie beendet. Aber die Ohren machen immer noch Radau. Ne, ich habe original erst zwei. Da sind Federn. Au! Ich habe ja meinen... Ähm... Bring mir das dann irgendwas? Muss ich überhaupt irgendwas in Eier verwandeln? Dann. Und jetzt? oder muss ich warte mal kann das sein sind aber nicht okay das ist lustig aber das bringt uns jetzt nicht weiter wir wollen lieber unsere wo sie denn da das ist besser so hier da irgendwo da oben müssen wir darauf aber das sollte ja ewig dass man die alle gefunden hat original zwölf stück aber liegen auch so okay was ist das muss ich die auflecken was mache ich jetzt mit den dingern vielleicht muss ich die dann auflecken so doof du spinn das nicht in meiner quest ich muss da wieder rauf jetzt so was ist das jetzt huhnkopf und die dinger was machen die ich verstehe muss ich die auflecken was macht der huhnkopf beschreibung nix ich glaube warte rücken ich probiere das jetzt mal was passiert wenn ich die muss ich die alle zu einem ei machen was muss ich mit den dingern machen warum leuchten die die prüfungs relevant weiß ich was ich mit dem machen soll weh du machst meine eier kaputt jetzt habe ich so eine eier bande hinter mir her geschleift jetzt müssen wir wir müssen einfach richtig viele von diesen eiern da fangen das ist ja total gemein in die andere richtung da da ist das ein ei nein ich kann doch jetzt nicht noch zehn eier aus auf diese art und weise fangen das ist ein bisschen viel verlangt vielleicht in die richtung oh no toby no so die können ja überall sein diese eier ich habe meine flügel nicht dabei die machen wir waren hier lol user ich habe die computer kaputt ihr soll lernen für die schule 8 oh gott das war nicht das war so schlimm au ich muss die zeugen beseitigen sorry leute sind alles möglicherweise zeugen in einem verbrecher prozess muss sich beseitigen verzeihung meine absicht hat mich gezwungen wo sind diese eier das gequitsche ist ja schwer zu ertragen das ganze nähe da gummihahn kostüm und die gummihahn füße und die gummihahn kopf sind wir jetzt schon level ab nee aber wir können euch jetzt hier nicht das könnte das ist mit das ist doch irre wir können euch jetzt nicht original ne das mach ich nicht stattdessen machen wir folgendes wir beenden das spiel was ist das wieso kommt da ein container aus der luft wir beenden das spiel für heute das ist go simulator 3 ähm ich hatte keine erwartungen aber es macht spaß ich glaube fast dass es mit mehreren leuten noch mehr spaß machen könnte mal schauen ob ich die bande noch mal aktiviert bekomme aber es ist wirklich lustig das kostet was hab ich hab das gekauft wie so ein trottel das kostet wahrscheinlich ist es wieder im game pass umsonst jedenfalls kostet derzeit noch einführungsangebot 20 euro und im multiplayer mit den ganzen mini games kann ich mir vorstellen dass man da eine weile laune hat vielleicht ist das irgendwann auch ausgelutscht so weiß ich wie lange es trägt ich hatte jetzt zumindest spaß für heute sonst hätte ich es jetzt auch nicht so lange gespielt es war eigentlich überhaupt nicht geplant dass ich das so lange spiele aber hat schon spaß gemacht jedenfalls freue ich mich wie immer über ja Knackiges Feedback das wars von mir machs gut Papa 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 Papa